Wem hörst du auch du? Für vier Maskebärchen, für ein Rote-Team und natürlich für euch, stellt sich jetzt wieder nur eine Frage. Wem hörst du auch du? Die Show, in der er fast live gesungen wird. Man kann es fast nicht glauben. Und jetzt begrüssen mit mir, fast live vom Naturrena-Badesee im Rothauser Land, unser Moderator Axel Schmidt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, zur Nacht der Entscheidung, die Finalshow. Vier Masken haben wir demaskiert, vier Masken sind auf. Und die würden wir heute auch noch demaskieren. Und weg ist das Finale von der Gruppe Rombach-Wibli und Wurzelsepp. Sehen wir da jetzt. Ein Bett in Kolmfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Ist das Rombach-Wibli? Ein Murat. Und was ist schon dabei, die Quillen singen. Ein stark geschminkter Murat. Und das Brot nach heutigen Träumen. Ein Bett in Kolmfeld. Zwischen Blumen und Stroh und die Sterne. Lächten wir sowieso ein Bett in Kolmfeld. Wie gross war die Enttäuschung, dass der Bruder dich erkannt hat? Riesig. Scheiss. Wem gehörst du auch? Bei ihr musst du grossig aufpassen, was dir ein Kaffee rührt. Und er ist einfach ein knorzeliger Knossli. Rombach-Wibli und Wurzelsepp. Überraschst du nur noch die Stühle auf dem Tisch. Das geschlossene Schild hängt an der Tür. Könnt meine Gassi, nehm ja Ruhe da gisch. Und niemand kann nüten für. Der Koch hat den grusigen Sonnenbrand. Der hat ja auch sonst nüte mit zu tun. Und die Kellnerin schwärzt mit der Uhr an der Wand. Sein Zieg, wer läuft, läuft die Ratur. Das geschlossene Schild hängt an der Wand. Ich sitz' den Kreis, im inneren Kreis, wegen dem Schiss-Corona. Hoch ist doch still, auch wenn ich's im Grill, sich nicht mehr los. In dem Lokal ist gerade Qual, wegen dem Schiss-Corona. Und ein Lederherr ist Restaurant voll leer. Was mach ich los? So, das war der Finalsong vom Rombach-Wibli und vom Wurzelsepp. Ich sitze ein wenig Kreis in meiner Beiz. Und ihr merkt, es war alemannisch. Unser Regisseur hat's extra umgetextet. Es war auch ein Indiz versteckt. Hätten ihr's gemerkt, sind wir draufgegangen? Weil beim Rombach-Wibli hätten wir ja versagt. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig besser vorbereitet. Hätten ihr vielleicht schon eine Frage? Mutanto, ist der Wurzelsepp aus Grafuse? Liebes Rote Team, genau, richtig. Dann haben wir gerade noch mal eine Frage. Ist der Wurzelsepp vielleicht im Gemeindrat? Wir sind ganz nah dran. Stimmt wieder. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Jetzt will ich den Namen von euch. Linda Paschnagel. Linda Paschnagel? Ja, dann schauen wir einfach mal, wer unter der Maske steckt. Linder Paschnagel, aus der Annenmühle, aus Grafuse. Linda, du bist ja ein richtiges Gesangstalent. Danke. Das ist wie beim Kochen. Den Mix macht alles. Sehr gute Antwort. Hey, danke euch. Auch dir, Daniel Frech, Bostow und Uehlinge, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit dem Finalinzug vom Team 4. Und wir machen weiter mit dem Team 4. Tatjana Reichenbach. Welchen Hörsch-Augens? Die zwei haben es faust dick hinter den Ohren. Hören wir mal, ob sie auch singen können. Wilderer und Gelgenvogel. Heute ist unser Tag. Heute wird nicht verloren. Zum Verlierer sind ganz gewiss, die anderen geboren Kickschuh, bunte Trikot und ganz schnell auf der Platz Die Opfer auf der anderen Seite, kriegt eine auf der Platz Der Schiri pfieft da, ich sitze zum Sprint Hab kein Zweifel, wer spielt, gewinnt Alles läuft perfekt, fast wie im Traum Ziehen alle vorbei bis zum Strafraum Der Moment, wo mir alles klingt Und mi Freundin dusse für mi sing Anjos Tor vor mina Augen Ich bin so ein geiles Eich, kann selber kaum glauben Und kurz vor dem Tor rund der Typ agrennt Du das so, als ob er keine Gnade kennt Du sitze schon zum Schuss und willst grad abziehen Da gräschet der Tür voll vor der Seite Oh, es tut so weh Blaue Zee Das war vom Galgenbogel und vom Bilderer von Peter Fox, Haus am See, jetzt aber von Ludi umdichtet, blauen See. Aber jetzt zu euch, in der Vorrunde haben wir ja wirklich versagt. Jetzt komme ich zu den Indizien, und zwar ein kleines wildes Gewässer, da sind sie daheim. Da haben wir natürlich gemeint, von Tatjana Reichenbach den Nachnamen. Und der nächste Hinweis war ja, im Grünen fühlen sie sich wohl. Dort haben wir natürlich den Sportplatz gemeint. Brauchen ihr überhaupt noch zwei Hinweise von mir? Ja, sicher. Also pass auf, wir haben Eisenmangel, ist für Sie gar keine Frage. Und Sie zeigen gern Ihre Beine. Brauchen Sie den Mutanten zur Hilfe? Ja, ja, ja. Mutante, wo bist du? Was ist? Mutante, heisst der Galgenvogel Daniel? Ja, das stimmt. Mutante, ich stell dir die zweite Frage erst gerade gar nicht. Ich sag dir, wer es ist. Es ist ein Bächle. Schalte, 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 schalte. Das ist ein Bächle. Also gut, dann lösen wir auf. Daniel Bächle. Daniel, ich weiß ja auch, hier waren ein harte Brocken. Aber wir haben dich an der Stimme erkannt. Aber wir haben glasklare Stimmen, es waren super Stimmen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Tatjana Reichenbach, Daniel Bächle. Und jetzt schauen wir das Werkes-Finale von Team 1 an. Applaus, Applaus. Ist das Tannolzschrättli ein Mitglied einer Kratzensoff-Band? Ist das vielleicht ein Mitglied von einer Bircherdorf- oder einer Kappella-Band? Wenn du lachst, Applaus, Applaus. Hör deine Art, mich zu begeistern. Ja, da haben wir nie, kennst du nicht, kennst du nicht. Aber es singt saugut. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit an. Juhu! Wely Körsch auch noch. Sie triebt sich am liebsten im Wald und er hat zwei Gesichter. Dann holst schritte dich und höre ich. Ich krieg schier ich meine Augen auf, mein Schädel tut mir furchtbar weh. Es war wieder ein rechter Such, hoffentlich hätte ich es nie mehr gesehen. Wo du hättest Wille mit mir tanzen und du dich gehebt hättest an meinem Ranzen, da war ein Hauch Erotik in der Luft. Doch ab dort weiss ich gar nicht mehr, ich glaub, wir sind an Bad Easee, auf jeden Fall war ein Mann dann pfletschnass. Das war kein Spass. Wir sind am Sonntagmorgen ein, wo sind wir gestern, will er ziehen. Ich habe einen Brand, mir ist so schlecht, kann ich aufstehen. Ich fühl mich jetzt total zerstört, warum hab ich eh luftig gehört, und hätte es im Schädel einfach nie mehr genommen. Das war das Lied vom Danholz-Schretteli und vom Hüri. Am Sonntagmorgen bin ich hin, aber Obacht, das war Dialekt. Hin heisst kaputt. Aber ich hoffe, ihr seid nicht kaputt. Ihr wisst, ihr habt zwei Fragen, die dürft ihr im Mutante stellen. Haben wir schon eine verraten? Mutante? Ist der Hüri ein Motorradfahrer? Nein, er hat Geschwindigkeit. Oh, jetzt wird's horrig. Aber ich habe Gott sei Dank noch zwei Tipps für euch. Der erste wäre, Sie haben zwei gleich lange Rüssel. Hä? Und der zweite, die haben schon jede Menge Sachen abschleppt. Hä? Jetzt überlegen euch die zweite Frage. Okay, Mutante. Ist der Hüri von Iggelschlatt? Liebes Rotteteam, die Frage war gar nicht schlecht, aber ihr habt nicht recht. Ah, jetzt wissen wir's. Ah, ihr wisst. Tja, dann zeigen wir mal euer Zettel. Aha, das ist der Mario Tröndle aus Graf Huse. Mario Tröndle. Die meint wirklich den Mario Tröndle. Dann schauen wir, ob er auch unter der Maske ist. Bitteschön. Mario Tröndle, ich glaube, unsere Indizien waren doch ein wenig zu gut für unsere Jury. Gleich kleiner Rüssel, Scheinwerferlicht, das Komma mit der kleinen Zahl hinten dran, das hat einfach zu viel verraten. Benedikt Mordor, Mario Tröndle, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und, wir machen weiter mit Team 4. Mit Leitern kennen sie sich aus. Und klatschen jetzt einmal im Bett. Hahaha, ich habe es weiter. Und wir bleiben dran, wir bleiben zuerst dran, spürt unser Bullimänkel, PASS, die in dererhütte brennt. Geht beim Bullimänkel morgen früh um 10 Uhr in der WECO. Und klatschen jetzt zuerst dran, und geht jeden Dienstagabend einen Betrieb besichtigen. Und wir bleiben dran, wir bleiben zuerst dran, Hört jetzt endlich mal auf Lachen! Wenn sie anfängt zu schnurren, wird es gefährlich. Und vor ihm haben jetzt nur die kleinen Kinder Respekt. Stigeli Katz und Bullimänkel. Salz an der Schiebe, ich habe schon wieder Salz an der Schiebe, der Schieberwischer tut es nur vor ihm, weil mein Froschschutz mit der Lücher wieder leer. Salz an der Schiebe, wir haben den Winter jetzt gestohlen geblieben, desto wie noch in Wahnsinn getrieben. Wo krieg ich jetzt frisch wie das Wasser her? Erst gestern bin ich mit mit meinem Auto in der Wäscherlachsie. 12,50 Euro hat es gekost, es war sogar ein Pulli durch den Bier. Und jetzt ist wieder Salz an der Schiebe, wir können den Winter jetzt gestohlen bleiben. das weiß ich genau und ich auch alles an. Ja, normalerweise wird jetzt ein Hinweis kommen, aber ihr Klugscheißer, braucht ihr überhaupt einen Hinweis? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hallo. Die beiden kriegen ab und zu den Marschblasen und die Frau geht ab und zu den Tagdarm. Ich, ich, ich habe eine Frage. Hey Mutante, kommt ihr Stiegelikatz aus dem Regenbach von Berau? Ihr seid komplett falsch. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich glaube, da müssen wir den Mutante noch mal fragen. Und Tante, schafft ihr Stiegelikatz in der Schweiz? Ja, sogar Energie geladen. Ha ha ha, Energie geladen. Jetzt will ich aber einen Namen von euch. Schreibt auf, ich gehe in der Zeit zu den Stiegelikatz. Ratheteam, was habt ihr denn für einen Namen? Ralf Iselik. Ihr wisst wohl. Ralf Iselik. Ralf Iselik. Ratheteam, jetzt haben wir acht Teams gehabt und ihr habt dreimal gepatzt und jetzt beendern wir die Tragödie. Stiegelikatz, zieht die Maske an. Ich habe es noch gesagt. Stefan Kunzelmann, ihr beide habt unser Ratheteam fertig gemacht. Und bei uns geht es leider auch im Ende dagegen. Aber bei euch geht es erst los. Geht unten auf den Link und stimmen ab, welches Maske-Team euch am besten gefallen hat. Wir sind gespannt und jetzt sagen wir noch Danke. Und zwar an die ganzen Maske-Teams, an den beteiligten Zünft bei der Gemeinde und natürlich bei unserem Ratheteam. Merci Timor. Wir sagen Tschüss und ihr stimmet jetzt ab. Mir Rothuserland Nüt und nirwot bringt es uns nann Rothuserland Rothuserland Da sind wir daheim Da sind wir alle Bähnen nann Rothuserland Rothuserland Nüt und nirwot bringt es uns nann